Guten Tag, mein Name ist Susanne und ich lerne Deutsch. Ich wohne in San Diego mit... Mein Tochter ist Eliza und ich habe auch einen Hund, Cassie. Meine Mädchen sind sehr schüß, schüß? Qua d'autres. Ich studiere Deutsch, weil ich habe... 18 Jahre, weil ich habe Jahrzehnte Jahre. Und jetzt, ich habe 40 Jahre. Tschüss, bye!